Klaren Kantonalbank ist eine traditionelles reiche Bank. Uns gibt es seit 127 Jahren. Wir sind Klaren Marktführer im Kanto Klaris. Das ist auch gleichzeitig unser priväres Marktgebiet. Wir sind aber auch im angrenzenden Wirtschaftsraum und auch in der gesamten Schweiz mit ausgewählten Kunden aktiv. Mir ist ein wichtiges Anliegen und in der Geschäftsleitung, dass wir unseren Mitarbeitenden immer das beste Werkzeug haben, die neuste Technologie. Darum stand der nächste Schritt vom Betriebssystem her, aber auch von der Hardware her. Da hat alles für Windows 8.1 gesprochen, kombiniert mit Lenovo Helix-Geräten. Klaren Kantonalbank hat den Wunsch geäussert, eine Konsolidierung heranzubringen mit einem Device pro Mitarbeiter. Keine separate Lösungen mit Tablets, mit separaten Notebooks, Desktop etc. Betriebswirtschaftlich bringt uns Windows 8.1 einen grossen Schritt vorwärts. Wir arbeiten jetzt mit einem Betriebssystem und einem Gerät, sämtliche Bedürfnisse abzudecken. Wir müssen nicht mehr unterscheiden zwischen mobilen Device und Desktop Device. Für mich ist der Arbeitsalltag viel moderner geworden. Vor drei, vier Monaten musste ich noch einen Laptop mitnehmen, eine Maus, einen Schreibblock, Schreiber, eine riesige Aktentasche. All das entfällt mit dem neuen touchfähigen Helix, dem Windows 8.1. Also wenn der Kunde zu mir an den Schalter kommt und ich merke wirklich, es geht ein längeres Gespräch, dann kann ich das Tablet ausklinken, ich kann mich mit dem Kundeberater Inslet zurückziehen und ich kann genau dort weiterfahren mit dem, wo ich vorher aufgehört habe im Schalter. Und das ist wirklich sehr wichtig mit Windows 8. Ich kann mit dem Kunden zusammen direkt mit den Fingern auf dem touchfähigen Display navigieren oder wir können sogar zusammen Notizen auf dem Display erstellen. Ich fange an im Büro, mache meine Powerpoint-Präsentationen, bin ich dann unterwegs an die Präsentation selber, kann ich noch die letzten Änderungen machen. Ich kann am Handy nur schlimmstenfalls ein paar Sekunden vorher doch noch eine oder andere Sachen korrigieren und dann mit dem Gerät selber eine Präsentation machen. Die kann ich jetzt wireless machen, ich docke einfach den Bildschirm aus, verbinde mich mit dem Beamer und kann meine Präsentation halten. Ich kann etwas umrahmen, ich kann etwas reinschreiben, es gibt eine extreme Freiheit bei der Präsentation. Bei der kleinen Kantonalbank wird die Sicherheit herausgeschrieben. Wir lösen das mit Microsoft-Technologien, wie Direct Access für die Verbindung und Bitlocker, die uns erlebt, Hardisk zu verschlüsseln. Ende Woche werden wir uns auch wieder ein innovatives Produkt am Markt lancieren und ich bin überzeugt, mit einem Grund war die Kombination Windows 8.1 mit Lenovo Elix. Das gilt für die Stadt. Du sollst, wie es erst mal werden soll. Aber es gilt für die aquesta Art und Weise. Das ist eine Art und Weise.